so mein damal und herren willkommen wieder hier zurück zu einer neuen folge hier auf meinem kanal heute mit neuer musik die ich zwar auch schon habe auf meinen da war noch nicht benutzt ja man sehen und schauen dass sowas ist fertig aufgebaut ich habe hier ein paar kabel weiter verlegt ich werde hier nach und nach jetzt wirklich umziehen die schafe sind schon weg ich versuche dann ja alles ein bisschen schöner zu machen wir gucken mal kurz hier aber wenn du hier ist noch laber drin ich weiß nicht ob die laber mir einfach nicht angezeigt wird überhaupt die komplett schon weg ist das werden wir ja bald sehen hier geht kein output raus hier haben wir volles output also hier geht was rein gut ist also es wird schon verbraucht zu geben können ja irgendwie können wir jetzt wieder mit allem allen abbauen ich weiß nicht was hier ab ging warum das jetzt auf einmal geht warum es vorher nicht ging weiß ich nicht aber wir haben jetzt jedenfalls eine neue kabel wie sagt wir versuchen jetzt nach und nach wegzuziehen wir können uns ein kabel sparen ich weiß nicht immer so sparsam ja leise wir so weil wir ja kein redstone haben und sowas deswegen eine sehr sparsame firma dazu sagen es kommt gerade nur jetzt raus so dann gehen wir mal kurz hoch und machen dann noch mal was in der hölle habe ich jetzt auch weiter gemacht da habe ich jetzt kleinigkeiten gemacht die ich euch so vorzeige also ich hatte hier echt langweile da habe ich echt hier vieles gemacht mir sogar ein creeper hier hoch gegangen und hat ein bisschen was weggerissen aber kein problem für menschen und alles wieder hin so wir haben jetzt aber keine kohle mehr deswegen immer die charco und legen sie hier oben rein mit einem system will ich eigentlich auch noch nicht anfangen aber wir gehen erst mal in die hölle zeige ich mal kurz was ich da gemacht habe und dann fangen wir schon mal an mit einem armee system weil das hier geht recht schnell wenn es mal gelandet also ich tue hier nicht mal stein also ich habe hier jetzt ein bisschen steigen gebaut und habe nebenbei ein bisschen kroatien abgebaut weil steiger nicht abbauen danke für den tipp künstler play ich hab das nie gewusst ich hab nie gewusst dass in gas keine hier steine nicht vernichtet aber es ist echt neu für mich gewesen aber ok gut wir haben ein paar rohstoffe hier ein bisschen quarts und wir fangen glaube ich mal an mit dem es ist hier ein bisschen teuer sowie die ganzen kabel dieses ganze das zeug also gut ab wenn wir hier mal was geschafft haben so wir brauchen zuerst das hier dazu brauchen wir voll küsst uns aber ich glaube die haben wir draußen das und christlich das reicht erstmal wir müssen noch was drin haben so ich hab schon die kisten holge geschafft Die Werkbank und so. Ich habe hier ein paar Kisten schon weggerissen. Soja, hier wird langsam alles weg. So. Da war Quartz und Redstone. Redstone und Redstone. Ich glaube wir haben kein Redstone mehr. Ne, hier haben wir. Ähm. Und Quartz habe ich gesagt. Hier haben wir Quartz. Wir haben auch hier nochmal. Das reicht erstmal. Und dann proben wir nochmal. Weil wir hatten ja schon davon das hergestellt. Fluidstast. Fluids. Es gibt sogar eine Füße. Keine Ahnung was man kommt. Oh mein Gott. Das wird teuer. Oh mein Gott. Das wird noch alles teuer. Anscheinend. Ich habe doch schon das hergestellt gehabt oder? Na gut. Dann habe ich eben noch kein das. Dann ist es auch nicht so. Aber ich habe doch. Ich bin doch jetzt gerade richtig. Das stimmt. Wir brauchen ja auch noch die und alles. Weil den können wir nur im. Warum war das das? Das ist kein Problem. Aber dafür bauen wir ein Assembly Table. Und den können wir ja noch nicht herstellen. Aber wir bauen mal dir und dir hier. Also wir können jetzt nur alles nach und nach vorbereiten. Ähm. Und dann noch ein Pickaxe hier. Äh. Äh. So. Da können wir das schon mal ein bisschen machen. Machen wir nämlich uns noch ein bisschen Holz. Pimperkisten. Da können wir nämlich äh. in den Kisten alles vorbereiten. Weil das ist mit dem Assembly Table. Das dauert noch. Fragen die. 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 Alter. Wissen wie lange das dauert? Ja. Die Schaubel sind auch schon hier. Da habe ich so ein bisschen eingesperrt mit dem Zaun. Graswölkler. Hier drüben. Hier sind die Kisten. Ich glaube ich habe drüben aber. Genau hier habe ich die Workbench. Äh. So. Zwei Kisten. Reicht es erst mal. Die kommen hier in die Ecke. Ganz besondere Kisten sind die Kisten. Da geht das nämlich. So. Dann brauchen wir pflüss das erst mal. Ähm. Ehm. 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 drüben okay dann brauchen wir die drive dafür brauchen wir das wir machen jetzt erst mal etwas das nicht sagen wir haben sechs davon machen wir komplett okay die musik ist vorbei ich versuche hier mal kurz zu halten wenn ich da ganz gut gefallen gibt natürlich einen daumen nach oben wenn ich gibt einen daumen nach unten schreibt natürlich in die kommentare nicht ich werde wohl wahrscheinlich nichts vorbereiten ich werde bloß sie offen zu verstehen damit ich hier die erst bekommen bis zum nächsten mal sagt und abonnieren ja wohl wahrscheinlich nichts vorbereiten ich werde bloß sie offen zu verstehen bleiben und ich hier die erst bekommen und bis zum nächsten mal sagt er mir das wort und abonnieren